Neues Wochenende, neue News, viel Schnee in einigen Teilen Deutschlands. Moment. Gut, ein Wetterkanal ist das hier nicht. Aber um schlechtes Wetter zu vermeiden, für die, die es nervt, es gab diese Woche mal wieder mehr Neuigkeiten zum Thema Bambulip. Im Gegensatz zu anderen Herstellern im Übrigen, welche gleich mal ihre Reputation in Frage stellen können. Bunt gemischt also dieses Mal, wieder stürmische Wetter, auch draußen geht es los. Taritara, eine neue Slicer-Version ist da und dieses Mal sind es eben neben kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen doch für einige Nutzer sehr gute Nachrichten. Das Studio steht nun als Flatpack-Image bereit, welches vielen Nutzern erlaubt, dieses auf diversen Endgeräten zu installieren. Selbst auf dem Steam Deck hatte ich das tatsächlich schon entdeckt, in irgendeinem Reddit-Forum, glaube ich, oder in Facebook. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es war schon zu sehen. Damit wird eben nochmal eine weitere Lücke geschlossen, die es auch neben den Betriebssystemen, den gängigen Windows, Mac, Ubuntu, Fedora, nun auch anderen erlaubt, dieses zu nutzen. Dazu gehören im Übrigen alle x86-64-Bit-Systeme, welche Flatpack als Paketsmanager nutzen können. Wie gesagt, wer sowas hat und nutzen kann, also Flatpack, der hat jetzt die Möglichkeit, natürlich entsprechend, wenn seine Systemarchitektur x86 und 64-Bit ist, hier auch das BambuLab Studio direkt auf seinem Gerät zu verwenden. Und dazu zählen tatsächlich eine ganze Menge Geräte. Das sind unter anderem stellenweise, nicht alle, Chromebooks, da gibt es einige mit 64-Bit-CPUs, die auf x86 basieren. Es gibt aber auch noch Tablets und Handhelds und, ach, da gibt es einfach zu viele. Jedenfalls, solange wie die Systemarchitektur übereinstimmt, ihr ein Betriebssystem habt, was nicht Windows, Mac, Ubuntu oder Fedora ist, habt ihr also nun auch die Möglichkeit, dort mit Flatpack, sofern ihr diesen Paketmanager installiert habt, das zu nutzen. Ein neuer Nevermore ist da. Okay, also wir kennen ja alle diese kleinen Filter, zumindest diese, welche wir zumindest alle für die, die ein Buron besitzen, kennen. Denn das sind ja meist so die entweder kleineren Nevermore-Filter, die wir aus einem Buron 0 kennen, die einen Lüfter haben und ihre Pellets oben drüber haben, bis hin zu den großen, die im Doppelpack, also mit zwei Lüftern in einem Buron 2-4 zum Beispiel arbeiten und die wir regelmäßig eben, wie gesagt, mit diesen Pellets, in diesem Fall mit unseren Kohlenpellets aus Kokosnussschale befüllen. Doch nun wird tatsächlich nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Der Stealth Maxx kommt in tatsächlich zwei Größen, das müssen wir erstmal hier unterscheiden. Es gibt einmal den Stealth Maxx und den Stealth Maxx S. Der Unterschied ist hier, für den normalen benötigt man nämlich einen 300 x 300 mm großen Drucker, also im Bauvolumen, und für den S, also für den kleineren, einen 250 x 250 mm Drucker. Habt ihr also keinen großen Druckraum, beziehungsweise eine große Druckfläche, werdet ihr höchstwahrscheinlich tendenziell beim S landen. Habt ihr natürlich den Luxus, dass ihr einen 300er oder 350er habt als Basis, ja, dann könnt ihr natürlich auch den ganz Großen drucken. Doch was macht diesen nun neben dem wirklich sehr außergewöhnlichen Design so besonders? Die Pellets haben nun viel Platz, wirklich sehr viel Platz, und es geht auch um einiges mehr da rein, was eine längere Haltbarkeit und eine bessere Reinigung der Luft natürlich erlaubt. Zusätzlich kommt das Gerät jetzt mit Heberfilterung, um auch nochmal bestimmte Partikel aus der Luft filtern zu können. Doch hier wollte man natürlich nicht Schluss machen. Eine Überwachung ist ebenfalls eingebaut. Mehrere Sensoren in der Ansaug- als auch in der Abluftseite sorgen zum Beispiel für eine VOC-Messung und können somit genaue Auskunft darüber geben, wie eure Luftqualität im Innenraum eures Druckers ist. Durch die Zirkulation kann man also auch genau bestimmen, wie hoch euer Reinigungsgrad ist. Durch die angesaugte Luft, die VOC-Sensoren messen die und natürlich beim Abgeben der Luft wieder in den Bauraum durch den weiteren Messvorgang eines weiteren VOC-Messers könnt ihr natürlich hier exakt bestimmen, wie viel ihr da herausgenommen habt an Giftstoffen. Gerade beim Beenden eines Druckes sind wir ja meist alle sehr schnell am Drucker und entfernen das Bauteil, also reißen ihn auf, holen das Druckbett runter, statt hier tatsächlich nochmal ein wenig zu warten und vor allem sicherzustellen, dass die Luft durch das Filtersystem oft genug umgewälzt wurde. Die Frage ist doch eigentlich eher, wann kann ich denn den Drucker aufreißen und das runternehmen, das Bauteil? Wie lange muss ich warten? Und genau hier springt diese VOC-Messung dann direkt mit ein. Denn ihr könnt diese dann nämlich in Clipper integrieren und ihr könnt es zum Beispiel auf einem Display oder auf einem Mobiltelefon beobachten, wie diese Messwerte besser sind. Ebenfalls, was auch sehr interessant ist, diese ganzen Pellets, diese Kohle Pellets, die wir da drin haben, diesen Carbon-Filter, der muss regelmäßig mal ausgetauscht werden. Und da haben wir den nächsten Punkt. Mit diesen ganzen VOC-Messungen braucht ihr nicht mehr x Druckstunden dort berücksichtigen. Und davon mal abgesehen, Hand aufs Herz, wer von euch tauscht die auch in diesen regelmäßigen Abständen? Das machen tatsächlich wenige. Ihr habt also gar keine Kontrolle darüber, ob dieser Filter, den ihr da drin laufen lasst, tatsächlich auch noch was bringt. Wenn die Luft also beim Reinsaugen in den Filter und beim Wiederherauspusten aus dem Filter keinen signifikanten Unterschied aufweist, dann solltet ihr vielleicht mal HEPA und Carbon-Filter genauestens überprüfen. Ein tolles Projekt, aber auch ein riesiges Teil. Big 3 Tech loves Pandas. Das war glaube ich mal das Stichwort ganz oben. Und das Panda-Touch von Big 3 Tech ist nun tatsächlich offiziell erschienen. Es erlaubt, wie ich ja schon mal in einigen News vorher berichtete, nicht nur dem P1-Drucker, sondern auch, ihr könnt das auch ganz normal wie bei einem X1C oder auch bei anderen benutzen, die volle Kontrolle von bis zu vier AMS-Geräten und 16 Farben und das über zehn Drucker hinweg. Das Ganze ähnelt sehr, sehr stark an die Oberfläche, die wir auch auf unseren X1C kennen, denn daran ist die tatsächlich angelehnt, die Bedienung, was auch durchaus Sinn macht. Für Leute, die einen P1 oder P1S-Drucker haben, ist das natürlich ideal, denn dort ist es mit der Filamentsteuerung bei AMS-Systemen nicht so einfach. Zudem kann das Touchscreen, und das ist das wohl bessere daran, herumgetragen werden. Das bedeutet, ihr könnt es einfach abnehmen, könnt in einen anderen Raum gehen, könnt euch aufs Sofa legen und habt sozusagen die Bedieneinheit bei euch dabei. Und das für bis zu zehn Drucker. Und wenn ihr wieder zurück seid, könnt ihr das dann auf die Dockingstation drauflegen per Magnet und könnt das Ganze wieder aufladen. Das ist absolut Plug und Play, bedarf keiner Änderung am Drucker. Anstecken, anbauen, glücklich sein, ihr verletzt damit keinerlei Garantie. Das Panda Touch verbindet sich dabei übrigens direkt über LAN mit euren Druckern und kann over-sear aktualisiert werden. Und bekommt eigentlich alles, was ihr an Daten zur Verfügung habt von den Druckern, auch direkt über euer Netzwerk und geht nicht über die Cloud. Für die Montage bekommt ihr alles mit, sieht aber so ein bisschen zugeschnitten auf die P1-Serie aus. Ob das tatsächlich auf einen X1C geht, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber für nicht mal 60 Euro finde ich das auch bei Nicht-P1-Besitzern tatsächlich interessant. Vor allem dann, wenn eure Drucker nicht im gleichen Raum stehen und man sich immer das, entweder das Studio auf seinem Rechner öffnen muss oder die App auf dem Mobiltelefon offen halten möchte, damit man irgendwie einen Überblick hat, was gerade passiert. Da ist der Blick auf so ein kleines Display tatsächlich bedeutend einfacher. Und wir gehen in die nächste Runde. Joel Telling, alias 3D-Printing-Nerd, hat ein Video veröffentlicht, in welchem sich das erste Mal zwei Teammitglieder des X1 Plus Teams zeigten. Sie flashen übrigens in diesem Video ein X1C, den von Joel, und zeigen einige Features des Druckers. Doch nicht nur das. Ein offizieller YouTube-Kanal ist im Übrigen auch schon erschienen, sowie eine Homepage. Und gerade die Homepage zeigt uns doch sehr genau, was wir von dieser Firmware im Übrigen erwarten können und auch genauere Einblicke in zumindest einige UI-Elemente, die auf dem Touchscreen erscheinen werden. Die geht über den Input-Shaper-Graph, den Custom-Lock-Screen, SSH-Zugang, G-Code-Konsole, eigene Buttons, VNC-Remoot-Control, Bat-Virtualizer und mehr Druckerstatistiken bis hin zum eigenen Touch- und, ja, Touchscreen wollte ich sagen, Splash-Screen und noch viel, viel mehr. Wir müssen uns aber auch noch einige Wochen darauf gedulden, um die Garantie unserer Geräte hier wird dann zu beenden, denn man ist noch nicht so weit. Die Entwickler wollen erst mal mit der Software zufrieden sein, mit der Installationsroutine, mit der Software, wie gesagt, an sich selbst, um auch hier nichts Vorerliges herauszubringen, wo man dann eher sagen könnte, dieses Produkt treibt beim Kunden. Im Atemzug der Veröffentlichung wird dann im Übrigen auch das erste Mal der Code auf GitHub öffentlich zur Verfügung gestellt. Das ist übrigens etwas, was mich als Programmierer hier am meisten interessieren wird. Und jetzt habe ich mal eine Frage, zumindest an die Leute, die einen X1C besitzen. Wirst du deinen Drucker updaten auf die X1 Plus-Firmware? Und wenn ja, warum und wie alt ist das Gerät? Denn denkt immer daran, Bambulep wird das gestatten, mit der Prämisse, dass ihr eure Garantieansprüche für eure Geräte komplett aufgebt. Wenn die Geräte schon über ein Jahr alt sind, ist das Thema eh erledigt. Aber wenn die Geräte noch jünger sind, da wäre ich dann wahrscheinlich vorsichtiger. Aber da bin ich gerade auf die Leute mal gespannt, die auch schon bei den letzten Videos gesagt haben, sie machen das. Diese Nachricht war tatsächlich ein Schlag für alle Kickstarter-Unterstützer. Der Anchormake M5-Drucker, welcher Bestandteil eines gesamten Systems ist, wurde bereits an viele ausgeliefert aus der Kickstarter-Kampagne heraus. Doch das versprochene und von vielen hochgepriesene V6-Color-Engine-System wird nun nicht mehr kommen. Uns ist ja allen so ein bisschen bewusst, dass gerade Kickstarter nicht der Garant dafür ist, eine erfolgreiche Auslieferung zu erhalten. Dass Gelder auch investiert werden, welche am Ende zu nichts führen. Okay, nichts stimmt in dem Fall vielleicht nicht, denn einige Konten wurden ja geplündert und jemand anders bereichert. Doch ja, hier sind noch ein paar andere Aspekte im Spiel. Zum einen haben wir hier einen Markennamen hinter einer Kampagne, welchen nicht das erste Mal das Ganze macht, wovon alle Vorherigen im Übrigen erfolgreich verlaufen sind. Anchormake hat sich also immer damit gebrüstet. Auch einige meiner Zuschauer möchte ich hier mal wirklich erwähnen, die gegen das AMS-System sind und immer damit lautstark kommentiert haben, dass nur dieses System das Ultimative ist, also etwas wirklich Gutes und auch was Neues in der Errungenschaft. Ebenfalls ist es auch für viele sehr verwerflich, dass diese Kampagne noch im Übrigen zur Form Next lief. Man also einsteigen konnte, auf der Messe selbst das System gezeigt wurde und auch da noch alles okay zu sein schien. Es zeichnete sich aber im Übrigen dort schon ab, dass das System irgendwelche Probleme hat, denn es kam schon da zu massiven Verzögerungen. Es sollte ja schon lange da sein, das System auch schon vor der Form Next. Aber man war selbst bei der Form Next noch sehr optimistisch. Doch was ist letzten Endes nun passiert? Die Probleme waren am Ende anscheinend so hoch, dass man das System nicht mehr mit der bestehenden Hardware lösen kann. Bedeutet also im Klartext, der zugrunde liegende M5-Drucker schafft das einfach nicht. Hier wurde aber auch aus meiner Sicht also der M5-Drucker selbst zuzeitig herausgegeben. Wie es aussieht, wird das V6-System in einem neuen Produkt Anwendung finden. Die Personen, welche das V6-System mitbestellt haben, bekommen das Geld für das V6-System übrigens mit einem kleinen Bonus zurück. Nicht aber die bereits ausgelieferten M5-Drucker. Das ist aus meiner Sicht also ganz nett, dass man den Betroffenen jetzt das Geld zurückerstattet und diese dort nicht im Regen stehen lässt. Zumindest für die V6-Systeme, weil sie das ja nicht bekommen. Doch dieser Schritt ist ja auch eigentlich nur die halbe Wahrheit. Was sollen nun die Betroffenen mit dem M5-Drucker, den sie ja nur wegen dem V6-System geordert haben? Da wäre ich mal auf eure Meinung gespannt, wie ihr dazu steht. Auf der einen Seite habt ihr jetzt zum Beispiel ein oder zwei M5-Drucker dastehen, die ihr ja wie bestellt eigentlich in der Kickstarter-Kampagne mit großen Rabatten mit dem V6-System bestellt habt. Die Drucker habt ihr halt geliefert bekommen. Das andere werdet ihr nie bekommen. Bekommt dafür so ein bisschen Geld wieder. Da würde mich mal eure Haltung dazu interessieren, was ihr jetzt machen würdet. Werdet ihr sauer oder wäret ihr eher nicht sauer? Was würdet ihr tun? Schreibt es mir doch mal dazu in die Kommentare. Und natürlich noch zum Abschluss. Lasst euch von Herstellern wie Creality, Bambulep, Anchormake und Co. nicht immer euren Spaß am Hobby verderben. Bleibt hier sachlich. Schreibt ordentlich in die Kommentare. Keiner hat was gegen Bambulep oder für Bambulep oder gegen Creality oder für Creality. Ich bin im Übrigen auch kein Bambulep-Befürworter und ich bekomme dafür auch kein Geld. Wie oft denn noch? Lasst euch also bei der Kälte hier, die bei euch vielleicht auch vorherrscht, wie bei mir und dem Schnee, nicht unterkriegen. Genießt vor allem mal die Stille bei Schnee. Jeden Sonnenschein, den ihr dort auch noch bekommen könnt, wenn ihr im Freien seid. Also geht raus spazieren und dann nehmt was mit der Familie. Bedeutet dann nämlich am Ende des Tages weniger Frust am PC und mehr Spaß am Leben. In diesem Sinne, bleibt gesund, rutscht nicht aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.